ARD Text im Auftrag von Funk Das ist eigentlich irgendwie voll langweilig Aber ich jedes Mal das gleiche Letzte Folge war ich keinmal Während du zweimal mörder war Ja Wer hat ein Detective gekillt Ich weiß wer mörder ist Ich weiß wer mörder ist, der läuft hinter dir Oh shit man Was? Es war so klar Ich hab mir kurz gedacht Dass du mörder bist Ich hab's nur ganz kurz gedacht Aber nur ganz kurz hab mir nichts gedacht Ich hab mich so verraten Dass ich gesagt hab Wer hat den Detective gekillt Oh Er ist kurz Ich bin King Von allen Bakur Yes man Jetzt bin ich aber auch Ich bin innocent Ah ja Du bist ein wenig sass Au Au Ey geh da runter Ey dieses Buch ist Mörder Buch ist Mörder Ey ich dachte gerade was Das hat mir gesagt Soll ich das schreiben oder ist es Auch einfach Buch ist Mörder Das hat sich echt anders angehört Oh mein Gott Oh bin ich dumm man Wo ist das Buch gerade Ich bin gestorben Nein Bitte Ja ich war Ich hatte mein Buch vorbei Ich war Ich hatte dein Buch vorbei Schei Kann ich mich in Ich will in dir Yes you win Ja Schweine sind hier überall Verwirrt Oh ich bin Mörder Chance 2% Detektor Chance 11% Hör die Map Hatten wir schon mal Ich bin innocent Und du? Hier hast du gefragt was innocent ist Ich will es einfach nicht machen Kann man kein Glücksspiel machen? Mann Ich weiß wer Mörder ist Wer? Ähm Oh mein Gott Digga Digga Ich hab so erschrocken Der hinter dir Der 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 hinter dir Hinter dir Oh mich Der Computer Ja Ich Verkrieg mich dann mal Scheibenkleiser Nein Alter 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 der ist so mies Der ist Mörder Ne doch nicht Der ist Mörder Ach, du wirst Mörder? Ja, ich war Mörder. Mann! Ich bin innocent. Innocent. So langsam wird es langweilig. Viertelmal innocent. Ich glaube, es soll da nicht reinfallen. Kann man hier ein Glücksspiel machen? Klingst du? Wir können nichts machen. Hi, Cleanie, warte. Dreh dich um. Dreh dich um und guck nach oben. Dreh dich um und guck nach oben. Hier. Cleanie, hier oben. Hä? Durch die Wand gucken. Da, genau. Hier, da. Kann man hier rein? Hier ist irgendwo... Nein! Ich habe ihn gerade angeguckt. Hast du nicht gesehen? Ich habe ihn einfach nur angeguckt. Du musst einfach Alt drücken oder einmal erfüllen. Ich bin innocent. Freu mich, steht auch nicht. Hoffentlich nur noch keinen zu machen. Yes! Ich habe totale Lacks gerade. Ich bin so schlecht. 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 Teleportiert Perfekt man Wo bist du? Teleporter 3, da ist ein Teleporter Da hast du einfach halt sehr viel Schuld Bist du? Ah da bist du, ich seh dich Nein, er ist mit dabei Nein! So gut, also ich hab... Ich hätte dich schon lange gekillt eigentlich Tschüss Mörder! Hier ist keine Tür Ich bin kein Mörder, keine Sorge Tschüss Ich bin sowieso, ich weiß das Haki Ich bin kein Mörder, das ist der blaue Frosch Ich weiß beim Mörder, das ist der blaue Frosch Ich weiß beim Mörder, das ist der blaue Frosch Sü? 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 Wo ist der blaue Frosch? Der ist beim Teleporter grad drin Er ist drin Der ist neben dir, der kommt auf dich zu! Oh nein, oh nein, oh nein Der Teleport zieht dich auch durch Oh mein Gott! Ah! Aber Alarm jetzt Alarm schon ausgeschaltet Hinter dir Perfekt, Digga Ich bin einfach angehalten, weil ich dachte der Mörder ist nicht mehr hinter mir Und dann ist er hinter mir Okay, ich bin innocent Perfekt, man Ich bin auch innocent, weil du die ganze Zeit Replay machst Ich bin gehofft, dass ich nochmal Mörder werde, damit ich dann halt, damit das Damit ich dein Video übertreffen kann Das war jetzt ein bisschen mühiert Ich seh dich! Ich seh dich! Ich seh dich! Nicht mehr! Kannst du mich gar nicht sehen? Doch! Ich hab mich zweimal mit mir erzählt, aber wo es hier ist Wie kannst du mich sehen? Ich bin beim Schneemann gewesen Ich seh dich! Ich seh dich! Wo bist du? Wo bist du? Ich seh dich! Ich seh dich! Ich weiß, wo du bist Doch! Du bist beim Schneemann gewesen Ich seh dich! Aha! Und dann kommen wir zum Schneemann Ich seh dich! Ich seh dich! Ja! Ich war bei dir! Siehst du? Hallo? Wie kannst du mich sehen, Mann? Ich hab die... Ich bin die... Ja, hallo! Ich hab dir die ganze Zeit gewollt! Ich war aber nicht beim Schneemann Doch! Als ich da war, warst du beim Schneemann Ich bin die einfach... Ich bin gerade rausgekommen und hab dich gesehen, wie du durch den Schneemann gegangen bist So Leute, das war's mit der heutigen Folge Ich hab was euch gefallen, lass gerne einen Daumen hoch und ein Abo da Wir sind's beim nächsten Mal wieder Bis dahin sag ich tschüss! x 9 Wenn wir uns volloles ranta... Mh Untertitelung des ZDF, 2020